Wie übertrage ich WhatsApp-Daten von Android auf das iPhone? Hallo liebe Freunde, ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind gesund und munter. Heute habe ich ein neues Video bei Ihnen, in dem es darum geht, wie Sie WhatsApp-Daten von Android auf das iPhone übertragen. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Und wie immer, meine Freunde und Follower des Kanals, abonnieren Sie den Kanal, um alles Neue zu erhalten und uns zum Weitermachen zu ermutigen. Und jetzt folgen wir der Erklärung. Das Übertragen von WhatsApp-Cards von Android auf das iPhone oder vom iPhone auf Android ist mühsam. So geht das ganz einfach mit Anutrans. Übertragen Sie WhatsApp-Cards von Android auf das iPhone mit Anutrans. Mit Anutrans können Sie Ihre WhatsApp-Cards einfach übertragen. Aber es gibt mehr als nur WhatsApp von Android auf das iPhone zu übertragen. Sie können Card-Backups ganz einfach von Android auf das iPhone oder vom iPhone auf Android übertragen. Darüber hinaus müssen Sie Ihr iPhone oder Android-Gerät nicht zurücksetzen, wenn Sie Anutrans verwenden. Es überträgt alle Ihre Daten, einschließlich Anhänge, Videos, Texte und so weiter. Das Beste daran ist, dass die Struktur des Card-Verlaufs gleich bleibt. Es funktioniert auch mit jedem Android-Gerät. Vor allem ist der gesamte Prozess schnell, reibungslos und unkompliziert. In diesem Zusammenhang erfahren Sie, wie Sie Ihren WhatsApp-Card mit Anutrans von Android auf das iPhone übertragen. Laden Sie Anutrans auf Ihren Computer herunter. Die App ist sowohl für MacOS als auch für Windows verfügbar. Wählen Sie die Registerkarte Social Message Manager in der Seitenleiste und wählen Sie die Option WhatsApp-to-Device aus den aufgelisteten Optionen. Verbinden Sie Ihr iPhone und Ihr Android-Gerät mit dem Computer. Wählen Sie nun das Quellgerät als Android und das Zielgerät als Ihr iPhone. Klicken Sie auf Weiter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre WhatsApp-Daten auf Ihrem Android-Gerät gesichert haben und klicken Sie dann auf Weiter. Deaktivieren Sie außerdem mein iPhone suchen auf Ihrem iPhone. Auf Ihrem Telefon werden Sie aufgefordert, die erweiterte Version von WhatsApp zu installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherberechtigung für die Installation erteilen. Klicken Sie auf Ihrem Telefon auf Installieren und auf Anutrans auf Weiter. Die Übertragung Ihrer Daten von WhatsApp dauert einige Zeit. Warten Sie also, bis der gesamte Datenübertragungsprozess abgeschlossen ist. Anschließend werden die kompletten WhatsApp-Daten von Android auf Ihr iPhone übertragen. Und Sie werden keine einzige Nachricht verpassen. Anutrans ist mehr als nur ein Tool zum Übertragen von WhatsApp-Gesprächen. Anutrans zeichnet sich durch die Übertragung von Card-Backups von Android auf das iPhone und zurück aus. Der Anwendungsfall von Anutrans ist jedoch nicht auf die Übertragung von Backups zwischen Android und iOS beschränkt. Es kann auch noch so viel mehr. Anutrans kann Fotos, Nachrichten, Kontakte, Klingeltöne, Anrufprotokolle und mehr von Android auf das iPhone übertragen. Es ist viel schneller als Apples Move to iOS-Option. Anutrans bietet mehr Datenübertragungsoptionen bei gleichzeitiger Flexibilität. Darüber hinaus ist Anutrans nicht nur ein Tool zur Datenübertragung. Es ist eine komplette iPhone-Verwaltungs-App, die Ihnen auf verschiedene Weise Zeit und Mühe spart. Egal, ob Sie iPhone-Daten sichern, benutzerdefinierte iPhone-Klingeltöne erstellen, iPhone-Apps verwalten oder Ihren iPhone-Bildschirm auf einem Computer spiegeln, Anutrans hilft Ihnen dabei. Wenn Sie jedoch von Android zu auswechseln, kann Anutrans Ihnen eine Menge Ärger ersparen, bevor Sie in iOS eintauchen. Übertragen Sie WhatsApp-Daten von Android auf das iPhone. Die Übertragung von Daten von Android auf das iPhone ist schwierig und zeitaufwendig. Sie können dies leicht überwinden, indem Sie Anutrans in jedem Fall verwenden. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Danke fürs Anschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.